Schönen guten Tag, da bin ich wieder zu einem weiteren Let's Play von mir. Ja, wir fangen mal direkt an und gehen mal raus. Warte, wie ich schlafe lieber zuerst? Wir haben schon 16 EP, ich finde das relativ viel. Ich werde jetzt erstmal hier den Zauberbissen um eines mal schieben. Da brauchen wir eigentlich keine Tür mehr. Dann können wir einfach so rein. Oder da braucht man jemanden noch. Wir werden hier auch das mal ein bisschen mit dem neuen Boden machen. Also vielleicht mögen jetzt viele denken, der spinnt doch, was soll das bringen? Ich finde, es sieht einfach schon schöner aus. Und das... Das bringt es nach einer Zeit eben. Das können wir in diesem Zauber nicht gerade auch noch wegmachen. So, ich guck mal, ob sich schon alle Setzlinge sich schon entwickelt haben. Oh nein, da der eine. Hier sind wir auf unserer Weizenfarm. So, wenn ich da noch was einsetze. So, wenn ich da noch was einsetze. So, wenn ich da noch was einsetze. sehen hier da da und da tja sieht eigentlich mal relativ schön aus wir können mal gern auf dem berg da hohen können wir einfach mal gucken wie es denn aus wenn es hier irgendwie eine möglichkeit gibt man 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 ist einfach so irgendwie klappt die kacke nicht so sieht es aus da unten sind unsere bäume hier ist unser haus hier ist der neue anbau scharfgege unsere weizenfelder hier ist diese klitzige kleine allee ja ansonsten wenig viel gebaut aber es sieht eigentlich schon relativ sehr gut aus ah ja das sagt es haben wir noch nicht fertig okay ich glaube wir hätten das auch schon fertig so im nutzen hier erstmal erde machen hier hier schon treffer ausgaben okay auch hier mal machen und Wir bereiten ja einfach schon, wie er es vor muss, wenn wir es gleich nicht mehr machen. Ja, das brauchen wir. Wenn uns mal langweilig ist, könnten wir ja theoretisch auch in den Abgrund gehen und dann können wir da ein bisschen nach Ärzten suchen, wem wir Lust haben. Wie ihr seht, habe ich noch die Steinschaufel. Ich habe noch nicht so viel Eisen gefunden. Es gibt nicht so viel. Weil da so ein komischer Abgrund drin ist und da kann man schlecht drin suchen. Finde ich ein bisschen scheiße. So, wenn wir es hier noch zack 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 machen. Hier ist doch dann fertig. Dann sieht es nicht schlecht aus. Hier sind unsere Eichen-Setzlinge. Ich sehe nur der da, der will nicht richtig. Vielleicht setze ich den einfach nur neu. Eierzäune. So. Können wir hier dann weiter bauen. Können wir noch eine große Plantage bauen, aber dazu brauche ich erstmal einen Eimer und Steinstufen. Weil ich, weil ich werde jetzt ein bisschen die Plantage von einem Freund, so die Idee machen, weil er hat meine Videos geguckt und hat mir gute Tipps an der Plantage gegeben. Und die werde ich dann jetzt auch mal ausprobieren. Jetzt brauche ich einfach nur Steinstufen. Ich brauche nicht so viel. So, das reicht mir auf jeden Fall. Brauche ich jetzt noch einen Eimer. Ich habe hier mal ein Eisen drin. Ich habe auch nicht. Ich habe schon Eis drin. Brauche ich jetzt einen Eimer. Wir können direkt nochmal pennen gehen. Wir können direkt nochmal pennen gehen. Also da gibt es einfach ein bisschen wieder hier rein. Gehen wir mal in Wasser woanders rein. Das heißt, ich werde das zwar jetzt nicht alles in diesem Let's Play schaffen, aber ich werde das auf jeden Fall noch weitermachen. Das heißt, ich werde das nicht alles in diesem Let's Play machen. Ich werde jetzt mal hoffen, dass das die Erde hier auch durchhält. Okay, die Erde wird schon mal nicht reichen. Hier kommt das ganze Wasser rein. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Also so ist da drunter ja Wasser und man sieht es nicht. Man kann es hier einfach ja zack hoch und ja, hier werden wir genau dasselbe machen. Hier werden wir jetzt noch ein bisschen aufliften. Diese Struktur stört uns gleich wenn nötig. Hier werden wir jetzt noch ein bisschen aufgelen. Hier werden wir jetzt noch ein paar Sachen drinnen. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht so. Hier kommt ein paar Sachen. Aber es reicht. Da fließt kein Wasser, okay. So muss jetzt aber Wasser fließen. So, hier kommt ein Auto genau dasselbe mit dem Wasser hin. So, die Erde wird zwar nicht mehr ganz reichen. So kann man einfach hier drauf und das Wasser verdeckt, dass er eigentlich keinen Sinn hat. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay. 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 So. 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 Dann greife ich noch einmal die Erde. Und knabberten. Oh, reicht aber noch. Tricks mir ein bisschen. Hoppla, 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 das war mir nicht. Dann färchten wir jetzt alles ein in so einen kleinen Kasten. Oh, toll, Stein ist uns jetzt auch rausgegangen. Ich werde das Let's Play jetzt hier eigentlich sowieso beenden. Kommt auf meinen Kanal, dort findet ihr noch Links zu Facebook, Twitter und meinem Livestream. Der ist Sonntag 16 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos kommentieren würdet oder sie liken würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Schaut einfach mal bei meinen anderen Videos vorbei und dann sage ich hiermit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.